Mein Text heißt One Day slash Reckoning Text und orientiert sich an einem Popsong, einem Remix, den ihr vielleicht kennt. Für alle, die ihn nicht kennen und auch so singe ich die Zeile, auf die ich mich beziehen werde, nochmal vor. Jetzt. Tagesbaby werden wir alt sein und an alle Geschichten denken, die wir hätten erzählen können, Baby. Google-Suche, Davanda-Shop, meine Ebay-Auktion läuft gleich aus. Doch dann, Baby, kam das nächste süße Katzen-Video und die nächste Masturbationsgelegenheit. YouPorn X Hamster Mails checken. Und am Ende, Baby, haben wir das Video vergessen, Baby. Das sentimentale Video von der süßen Poetry-Slammerin aus Bremen, inzwischen namenlos. Die, die mal in dieser RTL-Soap mitgespielt hatte. Alles, was zählt. Live-League, Baby, krass, Syrien, Hose runter, Baby. Die, die uns erzählte, dass wir mal müssten, dass wir doch könnten, weil wir es doch wollten. Aber, oh, Baby, heute Abend ist wieder Dschungel und hoch, Baby, der Drucker geht nicht. Eines Tages, Baby, werden wir alt sein, Baby, und an die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können, wenn wir nicht andauernd volkstümliche Rührbröckchen bei YouTube geguckt hätten. Und jetzt, Baby, Hose wieder hoch.